Alles alles cool, alles cool. Alles alles cool, alles gut. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Denk vor allem an der Nacht. Du brauchst auch keine Eckart. Du musst nur gucken. Hast du Augen? 29 AE-Granaten. Ich mach dir das Virtual Arsenal für dich auf. Ich start mal kurz mein TS9. Bleibt es bei dir gut Atlantis? Streamtechnisch. Es kommt auf dem Dach an. Kann ich den Notfall aufnehmen. Wollte mal sehen, ob die Bucs runden sind. Wovor hab ich nen verklackten Lockpick dabei? Kannst du in Häuser einrichten. Brauch ich aber nicht. Mach gleich bitte wieder zu. BigBug, marschierst du so penetrant neben mir? Könntest du eigentlich jetzt zu machen? BigBug, disconnecte drüben mal. Deswegen höre ich dich wahrscheinlich für scheiße leise. Irgendwas stimmt da nicht. Ich hätte mal in die Waffe wieder. Geht das überhaupt? So willst du dich annehmen? Dotto. Geht. Shift-Semi-Kolon. Äh ne, Steuerung. Was ist neben eins da rum? Semikolon. Ich sag mal was. Ich bin aber auch der Meinung, dass hier irgendwie alles gerade leise ist. Wir haben ja noch ein paar mehr Raketen oder? Das ist leise oder? Aber Slex, du siehst aus, als ob du irgendwie glänzende Haut hättest. Was ist mit euch? Wissen wir noch nicht. Machen wir gleich. Banane fehlt. Banane? Nix Banane heute. Kriegen wir noch? Kriegen wir noch? Kriegen wir noch? Raketenwerfer? Wer ist jetzt hier, Scott? Äh, ich glaub wohl du. Äh, wo ist denn das Schäppchen? Nicht hier. Kriege ich noch ein paar mehr Raketen oder? Guck mal ein schöner Schafschutz. Ja, wir sind jetzt da direkt über ... Nee, bei dir das ist schön. Das ist zu schätzen. ah, hier Das ist aber auch ein paar mehr Raketen? Nö, da ist auch ein ordentlicher Schafschutz. Der einzige bin? Nö, da ist ein ... Ah, da ist ein ... An dem Pier liegen oder auf dem Hügel vom... Mal die Fählte, die ich ... Aber ich bin ja nur auf der ... Genau. Ich Parkzähl, oder? Und Slex? Auf meine Haut rach ist meine Haut rein. Ja, äh, äh, der Tattelt, wir haben die Ordnung, wo der... Na, ich weiß, dann müssen wir noch mal drüber gehen, mit dem Stahlschwamm. Ich muss nicht hier in der Ruhe drin. Ich muss nicht hier in der Ruhe drin, wenn ich der einzige AT bin, oder? Wie hast du? Keine. Ich brauche doch. Sondern. Gut, wenn du meinst. Sag ich doch. Das hier ist kein Battlefield. Hallo, Kollege Hagen, wenn ich sag nee, dann ist nee. Dann waren auch ein paar Menschen. Mensch. Hier ist doch da hier vorne. Unsere Welt kann ja da sein, das kann ich dir sagen. Ich weiß, was da werden. Tausend Panzer rum. Scheiße. Landwitz? Hä? Äh, nö. Haben wir nicht? Nö. Sonst nehmt doch noch ihr, ihr nachher hin. Ja. Du meinst... Ja, so ein Medic nehmen wir gerne mit. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Sag mal, bitte. Ich brauche euch in die Gruppe. In die Gruppe, oder? Ja. Und die sind da draußen mit der... Insel... ...verhalten sich auch westlich, beziehungsweise... Ähm. Ach, schön. Wozu soll ich treten? Sind alles so. Heyo. Ja. Das wäre vielleicht sogar noch besser. Auch der Berg auf der 65. Der Eckhardt. Mhh. Da könnte man... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da könnte man... Wo sollen wir mal das Ding jetzt? Ich war bei der Markierung, ist er bei. Ich würde erstmal sagen, dass wir 65 gehen. Ja, wir können vor Ort gucken. Und fliegen euch dann zwei, dreimal rum. Und ihr sagt, da war ja Orane. Ja. Ja. Okay, ich mach hier erstmal eine Elbzeit. Und darf man jetzt mal das Ding von dem gucken, weil da ist das Ding. Und die alles zeigt, wo sind die hier für zu laden. Oder gar nicht. Die waren jetzt. Zürich da. Andersherz, die sind da prima hin. Das war... Das Land ist schon eine Idee über die Frequenzen. Ne, 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 machen wir gleich. Können wir mit der Ruhe. Gut, in der... Ja. Mit Boote? Dann können wir mit Boote von hinten ranfahren, oder? Nein, äh... Quatsch, wir fliegen und springen ab. Das ist noch nicht Serienreihe. Wie? Was alles? Sagen wir nicht. Die Kameraden... Achso, eben. Da hast du eins dabei. Wie breit. Wie schalte ich das ein? Es schalte ich gar nicht. Ich schalte eine Karte auf und du siehst alles. Achso, ja. Weiß doch. Du meinst, dass es T hat. Wahrscheinlich. Das ist automatisch. Und in der Mitte das Ding ist. Wenn du es geladen hast. Das ist nur ein Benut in der Gruppe. 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 Nein, nein, immer mit der Ruhe. Man chillt doch mal. Ist ja... Ist ja schrecklich. Ist ja schrecklich. Ist ja schrecklich. Nein, das schon soweit ist. Nein, lass dich mal ihre gleiche Scheiße da machen. Bei mir geht es immer, wenn ich die Selbstaktion mache, dieses komische... ...artere Ding auch. Ja. Der Michael Decker. Nicht... Das ist... Keine Ahnung. Habt ihr einen? Ich nicht. Ich glaub ich auch keinen. Wie heißt das? Klar, das ist der SL. Nein, das ist ich. Nein, ich hab das größte Team. Okay. Und geht bei dir das... Diese Micro Decker... Geht der bei dir auch immer auf? Das ist der SL. Wenn du selbst Aktion machst. Das ist gut. Der ist im Helikopter. Der hat Überblick. Ich hab... Ich... Ne, ich hab das Ding gebaut. Das ist mit Pflicht. 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 Ja, ich bin jetzt wieder eingefallen. Jetzt schon. Den Schallnämpfer auf der Waffe haben. Aufschreiben. Bis nächstes Mal. Oder nachher. Also Befreiung. Schöne ich schon. Das will ich schon einzeln weiter. Richtig. Also nicht. Ja, guckst du doch gleich in deinen armen Sync gemachten Haken rein. Bin ich gerade gesagt, die Schätze schon? Hast du drauf. Nupriere ist aufm Weg, ne? Wird ich das nicht gesinkt, oder was? Boah. Ja. Wird er da so knallt, Digga. Knallert. Schischt. Lad. Schalldämpfer rauf. Was ist kein Befehl für dich denn abzusetzen? Kein Befehl bekommen, den nicht abzusetzen. Aufsetzen. Sofort. Oder die Standards. Und wird hier nicht diskutiert. 80 Tastes. Schalldämpfer. Schalldämpfer. Ja. Er ist weggeworfen. Oh, Eckart fängt gut an. Der knallt ja aber nicht mehr so. Ich hab mich heute mal halbwegs so. Ja, wie gesagt. Wird ihr mit Autos fahren? Oder wollt ihr mit Flugzeug? Problematisch ist höchstens, dass... Autos. 32. Hast nichts zu melden? Ne, ist nur... M200. LRPS. Wisst ihr was? Ich habe... 80... Was für'n Funk? Ich hab schon gefragt. Frag ich wann nicht. Kriegst du Mecker? Okay. Naja, das war problematisch. Hab wir immer noch dabei? Ich denke mal, wir werden noch sowas sehen. Ich hab auch keine Pistole mit. Hm. Nur so schnell nicht wieder hell. Trial, es kommt noch. Ich packe mir noch mein Erzohr mit. Wie geht's von 80? 85, oder? Ähm... Ja, das hat glaub ich dieses Zeiss Nachtsichtvisier. Aber das LRPS müsste das Maxispaar nicht sein. Ne, ne, war's noch nie. So, das hat's schon den Boden. Da gibt's nen Nachtsichtvisier im... Ja. 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 Nicht grade gut ist für'n Nahkampf. Ja. 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 Ich denk nicht, dass das Sniper-Team mit euch zurückbleibt. Die lassen wir zurück. Wir kommen schon im Blutfall auch alleine raus. Das ist kein Problem. Monti? Ja. Ja. Übrigens, Monti, für... Bin ich Blatt? Für mich? Kann ich's einschalten, witzigerweise. Ich suchte ja auf Ausrüst die Ficken. Gibt's da noch so'ne Laser oder sowas? Ne, ne. Oh. Cool. Wie viele Teams haben wir denn überhaupt? Drei oder mit? Ja, Team ist ne Scharfschütze im Team. Alle, die jetzt gleich im Squad mitspielen, einfach mal aufstellen. Guck mal, da links stehen sie schon so vier Mann nebeneinander. Ist doch super schick. Ja, mein Trupp. Ich stell mich sogar auch nebeneinander. Ja? Ist ja ekelhaft. Ja, hör mir mal. Mach keinen Scheiß. Wie gesagt, insofern könntest du auch mein LRPS nimm. Ich hab deinen LRPS nimm den an, ob du keinen Platz mehr hast. In diesem Medeck? Ja, ja, ja. Ja, hegel. Boah, die ist unser. Niemand wird dir helfen. Schade. Niemand kümmert sich um euch. Niemand ist immer verrückt, ja. Zehn auf dem Boden, zwei Sniper, ein LRPS. Das ist traurig. Niemand hat euch lieb. Ich war gerade eben hier. Und sie ist hier von mir. Hier so. Nimm das? Ne, ne? Ne. Ne, 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 ne. Ja. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Aber bei diesem Verstand ist so übelst reinblendet ins Gesicht. lm01 die abgabe glaube ich nur auf bundeswehr drauf nichts sind 80 geräte dabei erfüßt ihr natürlich alter alter alles so gut du hast ja geile augen warte das würde ich gleich mit dem piloten los ich weiß jetzt nicht was ich habe eine titanrakete wahrscheinlich weil keiner den hut aufhören liegt kanal 50 ist keine panzer geben 200 ich bin alpha 100 100 einstellen scharf schützen team ist 300 moment ich habe noch ein bisschen ich habe 200 an schusslos haben wir jetzt sicher für 200 an grad wollen wir tauschen die äh was haben wir? 200? ich glaube auch noch oder? kann man machen was oder? ja etwa ist 100 und dann charlie ja du bist bei uns auch ja ali ist dann 300 oder was? die passen nicht mehr an die schlüsse rein krass hier hier wir sind wir sind bravo 2-0-0 ey was sind wir jetzt anlandes? bravo 2-0-0 200 ja sein könnte das weise wir einfach einnehmen oder ihr baut gar kein zweiten kanal wenn er wollt könnte alpha reinnehmen auf 100 aber müsste nicht alpha ist 100 100 100 kommt dann brauchen wir nicht nur das war ja fragen will sich eins an ja ja passt so verstanden wir machen uns noch mal einer von uns hat sagt das laut genug ist bei mir war das gut 200 sagt einfach nobody meldet sich auf der 100 an muss aber nicht 200 nicht 100 200 200 normalen er meldet sich auf der 100 an ja auch verstanden ja 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 Das sind natürlich Fahrzeuge. Stehen hier direkt hinter uns, drei Humphys. Gut, im Sinne von, dass die Scharfschützen südliches Ziel sind, würde ich sagen, dann gehen wir auch über den Strand und laufen beziehungsweise sehr lang. Ich sage, Bravo fährt voraus, im ersten Fahrzeug, Alphand das zweite, Wegfindung nach Belieben, auf jeden Fall bis zum Strand. Alles klar, wir brauchen auf jeden Fall über drei Fahrzeuge, ich habe fünf Mann, passen nicht da rein. Warum? Wähle einen aus und nimm dir das dritte Fahrzeug, ich habe ja auch einen überzähligen. Alles klar, okay. Naubody, du musst in Sicherheit bleiben, du nimmst dann das dritte Fahrzeug mit einem vom Alpha zusammen. Das dritte, verstanden. Alles klar, okay, der Rest von Bravo aufs erste Fahrzeug aufsitzen. Wer fährt, ist mir egal, Hauptsache er kann fahren. Alle drauf. Komm, wo sitzt. Lass du, dass er sitzt. Ich weiß ja nicht, ob ich fahren kann. Ja, geht schon. Wir warten noch eben, bis jeder andere, der rentconnected ist, da ist. Ja, ja. Wenn du mir das ansagen könntest, dann. Ja, ja, alles gut. Wer sitzt hinten links? Kannst du noch mal kurz aussteigen, weil deine Tür ist irgendwie offen? Nochmal aussteigen, nochmal einsteigen. Das ist kein Deezing ab oder so, dass sonst in deiner Reinfeldung wir explodieren. Ach, Deezing gibt's bei uns nicht. Ist kein überlasterter altes Live-Server. Stimmt, hast recht, wenn wir was tobt sind, also. Ist ja auch auf einem Fleck, deshalb. Nein, nein. Wir sind jetzt ja nicht gerade in... Deezings. Ja, ja. Mach ich. Gut, ich fahre ja nämlich nur. Was? Lantus, diese Luke hier kann man nicht benutzen. Nein, leider nicht. Ich wollte auch schon so oft gerne raussteigen mit meiner MG. Aber es funktioniert nicht. Nee, nicht unbedingt mit meiner MG. Da haben Leute, die nach vorne sind, komplett. Ja. Eure Fenster auf, ne? Ja klar, stinkt hier drin. Ja. Ich hab mir gefreut. Äh, Big Work für Atlantis. Das Ziel von den Bodenfahrzeugen ist Ground Force, richtig? Positiv. Ah, jetzt klär ich Ihnen. Nee, kannst doch stehen bleiben. Alles gut. Ich hab nur ein Modal gemacht. Ja, ja, okay. Oh, ich wollte nicht alle. Und das voll. Bild ist leer. Voll. Voll, kommst du so hell. Hinter uns haben Licht angemacht. Ja, meine Karte ist auch auf einmal so komisch hell geworden. Ich war dir zwei, ne? Das war zwei. Hast du ein GPS dabei, Hagen? Ich glaube, war das ein GPS? Ist doch ihr Dingens, oder? Dass du unten rechts die Karte hast. Rechtssteuerung und M. Guck mal, sieht ihr noch was zu vorne? Servus. Servus. Ich hab da das andere Ding drauf zu legen. Deswegen glaub ich geht es nicht. Okay. Setz mir mal Wegpunkte erstmal. Bis wohin fahren wir? Ja, Wegpunkte... Ich weiß gar nicht, ob die im Auto angezeigt werden. Einmal steht da Ziel Ground Force. Jaja, das ist unser Ziel. Da fahren wir hin. Einer markiert schon Punkte? Ja, ich. Okay. Fahren wir da rum? Zeh'n nichts, wenn die hinten das Licht anhaben, ne? Wer weiß? Bei mir auf der Frontscheibe. Ja, alles gut haben wir genauso. Ja. Wenn wir fahren, geht das. Ja. Das hätte ich gesagt, dass ich das Licht anhaben soll, ne? Wir fahren da lang. Ich hab da hier das drauf zu liegen wegen den Gradzahlen. Weil ich die auf meinem Kompass nicht ablesen kann. Dieses komische Handy-Dingsbums da. Oh, da ist auch ne Karte drauf, ne? Ja. Da brauch ich ne Karte drauf. Unten rechts so ne Einblendung ist das GPS. Okay, dann hab ich's. Alles cool. Alles cool. Dann siehst du gleich, wenn wir fahren, siehst du Punkte an den Kreuzungen. Den Punkten einfach folgen. Da wo der Punkt ist, dahin einbiegen. Also wenn der jetzt da links geht sozusagen, dann nach links abbiegen und so. Aber ich weiß dich auch noch ein bisschen. Im Prinzip fahren wir jetzt nach rechts. Anfahrtbereitschaft herstellen, wir fahren los. Rechts und dann immer weiter nach rechts. Fahrzeug einsbereit. Ja, Fahrzeug zwei und drei bereit. Okay, dann gib mal Gas. Das ist mir jetzt rechts auf die Straße. Wenig durch dieses Licht. Rechts, 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 rechts. Ja, ist gut, ist gut. Durch Geschwindigkeit nach gesunden Menschen. Verstanden. Hier links. Links. Geschwindigkeit so, dass du noch fahren kannst. Anfrage von Fahrzeug eins können wir ohne Licht fahren, stört in der Windschutzscheibe. Hier rechts. Ja, genehmigt. Okay, Licht aus. Fahren wir gerade richtig? Ja, ja, wir fahren richtig. Alles gut. Alles gut. Nein, nein. Alles gut. Fahren wir, wenn es geht, nicht schneller wie 60. . Okay, hier vorne fährst du rechts gleich irgendwann. Vorne 100 Meter circa. Hier rechts abbiegen. Ich weiß noch nicht, wie ihr ein Buch bezeichnet, am Strand, am selben belieblichen Wörtern unter 50 Grad über Jeep, bitte vorsichtbar überfliegen. Okay. Nächste Straße da vorne beim Haus fährst du gleich links. Okay. Nächste Straße gleich rechts. Ja, Alpha Actualer an alle. Zunächst nur Aufklärung. Feuerstatus gelb. Es wird nicht geschossen. Es ist eine Geiselbefreiung. Bravo, verstanden. Gut. Okay. So, hier vorne folgst du der Straße einfach links lang, also geradeaus im Prinzip. Da haben wir gerade die Wegpunkte geändert? Ja. Es gab eine kürzere Route. Immer geradeaus einfach jetzt erstmal. Ja. 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 Jetzt fährst du runter bis in die Stadt und auf der Hauptstraße dann nach rechts. Ja. 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 Eine solche Einstellung. Es kommt jetzt gerade bei euch. Ja. 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 Ich glaub, wir müssen am Ziel ein bisschen aufpassen, ähm, andere Team markiert gerade Ziele. Ja, ich weiß. Ja, ja, rechts. Auf die Straße rechts. Junge, Entschuldigung. Kein Problem. Ja, ja, ich seh schon, ich seh schon. Fünfziger ist eben Kaliber. Fünfziger ist in Reichweite. Ja, ich halt vorher in den Dorf an. Ich will sowieso mal Overcheck machen. Ja, ich hab's gesehen. Auf der Hauptstraße kannst du jetzt erstmal ein bisschen schneller fahren, so 100 würde ich anpeilen. Ja, ich warte erstmal, bis wir auch so viel aufpassen. Actual, ihr Easy Commons. Actual Alpha hört. Actual, wir haben gerade den Hubschrauber gewechselt und sind jetzt wieder auf dem Weg ins Zielgebiet kommen. Verstanden, ähm, nächster Auftrag. Einmal im Gebührenabstand um den, äh, Hotelblock kreisen. So verstanden, einmal Gebiet um kreisen. Äh, Actual, äh, Easy Ende. Oh, die markieren aber ganz schön fleißig, ey. Ja, da ist schon was los. Wo ist was los? Ah, im Zielgebiet. Ist, äh, fast komplett rot eingefärbt. Hahaha. Da sind eigentlich nur hinter uns. Die sind wir hier gefahren oder fahren wir die vorgegebene Route? Ne, ne, die fahren uns hinterher. Fahren hinterher. Die Route sehen auch nur wir. Die sehen die gar nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Ist aus eurer Sicht der Weg über den Strand gangbar oder ist das unrealistisch? Hier ist ein Kaliber 50 Jeep, den wir sofort ausschalten könnten. Soweit ist der Weg dann aber sicher. Eine weitere Patrouille auf dem Bügel, soweit wir sehen können. Blicken Sie dazu einfach auf die Karte, da ist bereits alles soweit markiert. Dann wird es zu dem Halt fahren? Ja, zum Halt erstmal. Vorne rechts ca. 300 Meter geglöchene Straße, rechts rein. Da bitte einmal rechts. Bravo, hier Alpha Actual, kommen. Ja, bravo. Planerung, wir halten schon in dem Dorf vor dem Strand. Ja, hatte ich auch so geplant. Okay, nächste Kreuzung gleich auch wieder rechts. Und dann geradeaus bis ins Dorf und im Dorf dann irgendwo anhalten, sicher. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 wir haben verstanden dann sobald wir abrücken und wir bei der straßengabelung ankommt habt ihr feuerfreigabe ist klar der blauen linie markiert durch mehrere punkte er ist klar nachricht vom oberkommando es gibt insgesamt fünf geiseln müssen gerettet werden ist die geisel rettung haben die geiselnehmer forderung gestellt bzw haben wir zu befürchten sobald wir angreifen derzeit sind keine forderung aktiv okay okay plan ist so wir gehen jetzt hier die straße runter richtung nordwest richtung ziel ground force da ist ein 50er kaliber das wird gleich vom scharfschützen team ausgeschaltet und dann rücken wir am strand richtung hotel vor erst mal feuer status gelb also erst schießen wenn wir beschossen werden und wenn wir dann im komplex sind dann mit einem feuer status grün dass wir auf alles schießen dürfen insgesamt gibt es wohl fünf geiseln die wir retten müssen ist wohl bekannt geworden und alpha rückt währenddessen auf dem hügel nördlich von uns dann lang lauf rein folge sagen wir denn überhaupt turbo du bist grenadier normal ne ja genau okay dann bist du auf jeden fall die zwei ich bin die eins ich bin die eins lasst du lass mich mal die reinfolge durchmachen turbo 2 shares 3 nobody 4 hagen 5 verstanden alles klar bravo 2 0 0 ok alles klar alle breit abbreit gut alles klar eins geht alpha hier bravo sind auf dem weg alles klar nichts alles klar alles klar alles klar alles klar etwas klar alles klar Vielen Dank. Easy, Alpha, Actual, kommen. Easy, Herr, kommen. Easy, im Idealfall werden wir zu schnell zugreifen und die Geiseln auf eine offene Fläche bringen, sofern vorhanden. Dann seid ihr gefragt, relativ schnell einzugreifen, zu landen, einen Teil davon einzuladen und in Sicherheit zu bringen. Actual, wir haben in diesem Helikopter hier lediglich einen zusätzlichen Platz, kommen. Seid ihr bewaffnet? Wir sind bewaffnet, ja. Wir können den Hubschrauber aber wechseln und einen mit Sitzbanken besorgen, kommen. Gut, dann bleibt vorher erst bewaffnet. Man weiß nicht, ob wir euch noch brauchen in der Form. Bis auf weiteres bleibt das Actual Ende. Scharfschützen für Bravo. Scharfschützen, ja. Seid ihr bereit, den 50er auszuschalten? Ja, positiv. Dann bitte einmal durchführen. Ende. So verstanden. Okay, Jungs, wir warten eben kurz, bis der 50er ausgeschaltet ist und dann rücken wir weiter vor. Also, wir warten eben kurz, bis der 50er ausgeschaltet ist und dann rücken, bis der 50er ausgeschaltet ist und dann rücken, bis der 50er ausgeschaltet ist. Easy, Actual, hier, easy, kommen. Actual, hört. Das zweite 50er Kaliber hat sich von Richtung West nach Ost auf der Straße bewegt, kommen. So verstanden, ist das wohl möglich eine Gefahr für uns, für die anrückenden Teams? Positiv. Die Jungs, die auf der Werke kommen, könnten schnell unter Feuer geraten, weil das 50er die direkt... Ich weiß, wo geht's noch. Pfeil geht. Verstanden, Actual, Ende. Pfeil geht. Fünf geht. Okay. Mal. 2016. Boatied. Okay, hier an der Mauer erstmal Halt. Hagen und Jess Kalasar einmal links um die Mauer rumgucken, ob das 50er Kaliber da steht und ausgeschaltet ist. Verstanden, verstanden. Actualty Sniper, sehen Sie die Spotwrap-Markierung ID 21 direkt auf der Straße in Ihrer Nähe, da ist ein Kaliber 50 Fahrzeug, Kaliber 50 schienen aber unbesetzt. Wir prüfen. Brake, 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 der ist besetzt. Kurze Frage, wo soll das 50er Kaliber stehen? Irgendwo ums Haus rum, Richtung Norden. Verstanden. Das CES ist ausgeschaltet, keine feindlichen Einheiten. Okay, perfekt, dann zurück zu uns, wir gehen dann gleich weiter. Okay, eins geht. Zwo geht. 3 geht. 3 geht. 5 geht. 4 geht. 5 geht. 5 geht. 3 geht. 5 geht. 2. Kaliber 50 bewegt sich jetzt auf Team auf der Weckkuppe vor. 5 geht. 1 geht. Negativ ist ein drittes Kaliber 50. Bewegt sich jetzt wieder Richtung Komplex des Hotels. Ja, okay. Ich bin verstanden, meine Leute haben Sicht auf das zweite oder dritte gemeldet. Wir behalten das im Auge. Bei den beiden großen Bäumen machen wir kurze Pause. Okay, Turbo, du siehst jetzt den Strand runter Richtung Nordwest. Strand. Cheers, genau, perfekt. Actual an alle, ab jetzt Feuerfreigabe. Das Bergteam ist auf das 50er. Bravo hat jetzt auch Feuerfreigabe. Sniper auch. Bravo verstanden. Okay Jungs, ab jetzt haben wir Feuer frei. Auf alle erkannten Feinde Feuer eröffnen. Bitte checkt die Ziele zweimal auf Geiseln. Ja, so verstanden. An Herzenumschlagen war Steuerung G, oder? Steuerung G, ja. Links Steuerung plus G. Guckt mal, ob ihr alle Flashbangs dabei habt. Die nutzen wir dann gleich, wenn wir drin sind. Hallo. Schauen Sie, dass Kalibr 50 ID 21 schon ausgeschaltet kommt. Actual positiv ist ausgeschaltet. Keine Gefahr mehr für uns. So verstanden. Wir rücken, oder wir kommen uns um die Stadt. Auf mal beendet. Wie viel Gewicht hast du nur dabei, Hagen? Zu viel, glaube ich. Schmeiß mal irgendwas weg. Ja, wie viel Lasten dabei? 51. Das ist viel zu viel. 45 maximal. Guardian Angel für Bravo. Der Helikopter wird für Alpha den Schützling machen. Ne, umgekehrt. Also, beziehungsweise, der Helikopter wird Alpha schützen. Das war nicht der Mad. Action Ende. Alter, was hast du denn alles dabei? Ich habe noch was aus dem Fahrzeug mitgenommen. Flashbangs habe ich zwei bei. Aber ich habe viel zu viel mitgenommen. Ich habe hier auch ein Auto aus dem Fahrzeug mitgenommen. Niemals aus dem Auto was mitnehmen. Die Grundausstattung reicht voll und ganz. Ja, auch wenn ich euch ritten will, dann brauche ich mich jetzt. Ja, Medic ist ausgeschlossen. Die können sich noch ein bisschen was mitnehmen. Aber die normalen Soldaten, granattechnisch und so, das reicht standardmäßig vollkommen. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Okay, ich bin... ja, bin jetzt soweit. Okay, alles klar. Wir gehen da unten am Strand weiter. Ab jetzt, wie gesagt, Feuerfreigabe. Äh, wir gucken mal, was uns da erwartet. Eins geht. Zwo läuft. Drei läuft. Vier läuft. Fünf läuft. Zwo läuft. Ehm, Haken bitte mal immer ein Auge nach oben rechts werfen. Da ist eine Patrouille, glaube ich, irgendwo im Hügel auf dem Weg. Nicht dass die uns in der Flanke fällt. Eeh, verstanden. Eeh, verstanden. ist die markierung an der straßen kreuzung das weitere 50 k immer noch aktuell warten sie zwei mein pilot ist gerade nicht da und ich kann so lange nicht aufklären kommen ein kaliber 50 ist richtung strand gefahren beiden wurden zerschossen ich glaube vom scharfschutzteam und die besatzung ist abgesessen habe ich position von einer geisel macht so Vielen Dank. 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 Okay. 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 Puls scheiße Hast du Blut dabei? Ich bin Sonny Hast du dabei? Ich hab äh Kochsalzlösung, ja Ja, gib ihm mal den Arm sofort eine Kochsalzlösung Die größte, die du hast Ja, rein damit sofort Immer weiter, hast du um die Belegung? Ja, immer weitermachen, immer weitermachen Ihr beide kümmert euch um Hagen, wir decken euch Okay, Turbo, du übernimmst die linke Seite, ich übernehme die rechte Seite Jawohl, ich decke Richtung rechts 172 Röer Puls Puls, immer weiter Easy Actual Alpha, kommen Easy Earth, kommen Easy Earth, Freigabe, alle erkannten, Ziele auszuschalten Einfach nicht beim Hauptgebäude Easy Earth, verstanden, Feinde ausschalten, kommen Easy Earth, verstanden Feinde ausschalten, kommen Alpha Actual, ja Bravo hier, Scharfschützen, kommen Ja, bravo 1, 2, 4 Häuser rechts von Ihnen Oder zumindest in einem der Gebäude Durfte sich eine Geisel befinden, gelbes T-Shirt, obere Etage des Gebäudes, kommen Ja, ist positiv, haben wir auch schon gesichtet Zuverstanden Dann drücken Sie doch vor, wir haben keine weiteren Kontakte gesichtet Sniper Ende Das ist unser Heli Ja Das ist unser Heli Ja Dann sind Sie aufgegangen Hier ein neues Quicklot Kriegt Ihr ihn wieder? Ja, suchen Sie mir noch Am Besten die Quicklots sparen Der Sni mit den Verbänden ist effektiver Die halten besser Und noch kein Folk gewonnen Gibt's doch nicht Einer am Besten immer Herz-Lungen-Massage machen Ich bin immer dabei Gibt's doch nicht, ey Einer auf der anderen geb ich ihm Hagen, bleibt bei uns, Mann Das ist bloß nicht schlapp hier Du schuldest mir noch ein Karstenbier Nein, das war doch nur ein Streifschuss, Mann Ein mittlerer... Was? Ein schwacher Puls Ich geb mir EP Ja Oder wieder Puls? Schwacher Puls bei mir Ansonsten versucht ihm mal zwischendurch einem EP zu geben Ob der Puls dadurch wieder ein bisschen hoch kommt Ein bisschen aufgeputscht wird Willst du das mal? Ich mach mal, wenn du jetzt umgehst, lieber. Ja, das ist Atlantis. Ja, da war ein blöder Sack im Hotel. Scheiße, das gibt's doch nicht. Hast du denn, Norbert, hast du denn einen Puls bei ihm? Oder sagt er dir bei dir auch einen? Das gibt's doch nicht. Scheiße. Hier ist doch kein Puls von. Einher suchen Videobelegung nach der anderen. Blutdruck ist in Ordnung. Gibt's doch nicht, ey. Wir haben kurz rechts überdecken. Komm, ich mach mal mit halb weh. Okay. Gibt's doch nicht. Scheiße. Okay, nobody, guck mal in dein Inventar. Hast du ein persönliches Verbandkästchen dabei? Oder Verbandpäckchen oder wie das heißt? Persönliches auf jeden Fall. Ähm, Operationssatz habe ich dabei. Ähm, Operationssatz habe ich dabei. Persönliches Verbandkästchen habe ich, ja. Okay, dann gehst du jetzt auf sein Torso und dann steht ganz unten, äh, Päckchen benutzen oder Verbandpäckchen benutzen oder so. Verbandpäckchen benutzen oder Verbandpäckchen? Nee, Verbandpäckchen benutzen. Wenn man sowas hat, dass die Leute nicht mehr hochkommen, äh, das ist der momentane Alleslöser. Der hält alles. So sollte er zumindest. Verbandpäckchen oder was? Ja. Wenn das einer war. Gibt's doch nicht, ey. Haben wir jetzt hier schon einen Komplettausfall oder was? Wow, Hagen! Oh, Mensch! Oh! Haben schon Sorgen gemacht um dich, Mann! Okay. Oh, puh. Glück gehabt. Okay, alles klar. Wenn noch mal irgendwas auftritt, Hagen oder so, dann musst du laut schreien, ne, wenn du irgendwie dein Herz hörst oder so. Okay. Alles klar, wir gehen dann weiter Richtung, äh, Ost. Eins geht Ost. Zwei folgt. Drei geht. Vier folgt. Fünf auch. Okay, Team zwei die linke Seite, Team eins nimmt die rechte Seite wieder. Ist du bereit, Turbo? Bereit. Drei, zwei, eins, öffnen. Rissen wird. Ich gehe rechts. Da bin ich vorbei. Sauber. Halt ein bisschen. Okay, dann direkt weiter zum nächsten. Ich gehe den Puls wieder. Okay, dann lass dir von Nobody mal ein EP geben. Nobody? Der bei mir bitte. Ja. So, einen hatte ich mir schon gegeben, ne? Ähm, nur hat wohl anscheinend nicht die gebracht. Schwachen Puls. Ja, du kannst dir eigentlich nur Morphium geben. So. Epi brauchst du dagegen. Wo die Geile drin ist. Äh, ne, drei Häuser weiter noch. Müsste das sein. Ich glaube es war auch hier oben im ersten Stock. Ne, ich meinte das wäre noch ein bisschen weiter gewesen, aber gucken wir gleich. Okay. 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 2 ist bereit Okay, der hat eine Rakete reingeschossen Okay, bei dem Gebäude machen wir das so Team 2 nach oben Team 1 Sicherheit unten Okay, unten beide Türen offen Zwei Eingänge hier Unten Eingang sauber, ich gehe durch Voll um du Affe Einer ausgeschaltet Ist frei Okay, gehst du vor Schuss von links Aus dem Hotel, aus dem Hotel glaube ich Hinter uns Ich gehe weiter rein Fuck it Diese scheiß Stufe Nur weil wir da nicht drüber kam Fuck it Lass mich da rein Hier bravo Wie ist euer Status? Seid ihr unterwegs zum Hauptgebäude? Hatten gerade einen schwereren Ausfall Mussten uns unbedingt kümmern Sind gerade hier noch in der Gebäudesicherung Haben mittendrug Immer wieder eine Art Beschuss Hatte ihr schon Geiseln gesichert? Negativ Wo kam das? Oben Sauer Oben Sauer Eigentlich verstanden Wir fahren trotzdem fort Mit der Sicherung, das abgebeutet ist Wie ist ihr von wo? Wisst ihr von wo? Ausgeschaltet Hast du ihn? Annen habe ich ausgeschaltet Am Balkon Okay, nice So ein Balkon, Richtung Guck mal Ist aktuell hier Easy kommen? Nein Okay Auf 78 Grad An der Ecke Ganz unten vom Hotel Am Balkon Da guckt eine kleine Mütze hoch Äh, aktuell Wir haben drei Geisel-Positionen Auf der Karte markiert Da keine weitere Feindpositionen Von außen ausschaltbar sind Würden wir jetzt den Hubschrauber wechseln Kommen Super, standen aus Danke für die Arbeit Easy Ende Hex, Entschuldigung, passen Sie beim Sturmen des Gebäudes darauf auf, dass die Feind, die auf dem Boden befinden, die dann rumkommt Noch? Danke, so verstanden Team 2 kümmert sich um den Feind da unten am Hotel Team 1, sichert das nächste Gebäude Ja, ich bin unter dir, Moment Okay, ich hab ihn erwischt Ich hab ihn erwischt, glaube ich Okay 3, 2, 1, öffne Geh rein Bravo, hier ist neipbar In dem Gebäude rechts von Ihnen Dürfte sich die Geisel befinden Im oberen Stockwerk Ja, verstanden Sie können das gleich Schon wieder Schmerzen, ich geb mir mal die Mord Verstanden, snipe rein Ähm, wenn, Turbo, wenn du dein Herz nur hörst Das sind keine Schmerzen Das ist nur der Impuls, der dann ein bisschen niedrig wird Dann brauchst du Puls ist okay Herz höre ich nicht Okay, alles klar Ja, okay, alles klar Ich hab gerade wieder was abgekriegt Ja, ja, alles gut, alles gut Okay, Scherz, wie sieht's aus? So, ich sehe jetzt hier gerade nichts Okay, alles klar Ähm, im großen, im großen Hotel Bitte ab jetzt Achtung, da ist Alpha drin Hoffentlich war der nicht gerade unten an der Ecke Nein, 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 nein Die sind hinten reingegangen Auf der anderen Seite Okay, alles klar Dann weiter zum nächsten Gebäude Hier rechts müsste auch die Geisel drin sein Eins geht Zwei läuft Zwei geht Vier geht Team zwei oben, Team eins oben Zwei geht Ab und bei dir Durch, ja Unten sauber Unten sauber Über der Link Oben müsste die Geisel sein jetzt, oder? Ja, oben müsste eigentlich Oben rechts im Haus Die Geisel gesichtet Okay, Gebäude sichern Ich kümmere mich dann gleich um die Geisel Bravo, hier zwei Explosionen im Hauptgebäude Hotel Ja, warte, ich mach das Sichert ihr die andere Seite Na Ich mach das schon, ich mach das schon So, Freundchen Oh, Typ, kooperierst du jetzt? Sonst klatsche ich dich aus dem Leben, Alter Ich krieg gleich zu viel mit dir Ja, geht doch, du Affe Hast du das gemacht, Hitzit? Ja, er muss mehrmals auf Halt Irgendwann ergibt er sich So, okay Ähm Wir bringen ihn in die Töte, oder? Weg vom Fenster Ja, definitiv Ich trag den eben rüber Das ist auf jeden Fall safe Da kommt einer hinter dem Balkon Ich sehe ab und zu die Waffe durchschreiben Durch die Mauer Aber jetzt gerade die Explosion gegangen ist Wie gerade jetzt ungefähr? So, okay, alles klar Eine Geisel haben wir Und aber bleiben noch vier Gucken wir mal Okay Ja, ist klar, eins geht Aktuell, wir sind wieder im Operationsgebiet, kommen Easy Ende Fünf geht Okay, Togo, gehst du rein? Ja. Ich glaube, das hatten wir auch schon, aber doppelt hält besser. Hier haben wir wieder zwei Seiten, Team 2 oben, Team 1 unten. Bleib mal zurück, ich als erster. Okay. Ey, diese scheiß Stufen hier ab und zu, ne? Schaltet. Nice. Weiter. Weiter. Der Raum klar. Okay, dann gehen wir zur anderen Seite. Sauber. Ja. Nichts aber? Ja. 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 Ja, ich weiß auch noch nicht wo. Gucken wir gleich mal. Wenn Sie den Durchgang direkt nach vorne gehen, liegen vorne am Durchgang zwei feindliche Einheiten. Okay, weiter gehts. Weiter gehts. Derzeit zielen sie auf uns. Komm. Äh, erster OG? Nein, wenn Sie durch die Eingangshalle durch das Erdgeschoss durchgehen, gehen wahrscheinlich ein paar Treppen runter und dort liegen direkt zwei feindliche Einheiten. Okay. Woher standen? Irgendwo, EG, UG, zwei Gegner. Sauber. Hast du hier links eigentlich? Ja. Hier in das andere Gebäude hier. Okay, gehst du vor. Andere Seite, ich geh vor. Rechts, rechts, klar, geh weiter. Ja. Okay, nice. Sauber. Nicht ne Leiche. Sniper Team, hier easy, kommen. Gerade. Sniper Team, hier easy, kommen. Sniper Team, brauchen Sie eine neue Position? Okay, weiter gehts. Sniper Team, kommen. Da oben in den Gebäuden, achtet mehr drauf, da könnten ein von den beiden Geiseln sein. Drei geht. Ähm, die Sniper Team, Position ist eigentlich ganz gut. Auch bei einer neuen Position könnten wir nicht mehr wirken. Entweder wir werden eingefogen und helfen im Nahkampf mit, oder wir bleiben hier liegen. Komm. Sniper Team. Berschein. Abschfein, ist nicht mehr. Drei geht. Sniper Team, hier easy, kommen. Da hinten ja noch mehr Gebäude. Leck mich am Arsch. Was ist das denn hier, ey? Boah, ist jetzt immer noch. Ferienbunker. Alter Schwede. Alfahtual, hört. Ähm, aktuell, sollen wir das Sniper Team als zusätzliche Bodentruppe bei Ihnen absagen? Okay, Team 2 oben und Team 1 unten. Passt mit der Brücke auf. Ich weiß nicht wie brüchig die ist. erst links ja positiv da können die hier platz machen die fahrzeuge beiseite schaffen so verstanden weiterraum auch klar scharfschützen team machen sie sich bereit wir holen sie ab oben gerade geisel gesichtet oder was ja da ist ein junger ok ich komme ok turbo hagen geht ihr beide eben noch hier unten die brücke runter in die beiden räume ja 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 haltet ihn auf einfach im weg stehen bleiben einfach im weg stehen bleiben oder naja ok oder so hagen hier turbo ich bin unten lass mich lass mich lass mich typ halt einfach dein maul siehst du mich kollege weißt du ich bin autoritätsperson ne halt einfach deine fresse und mach was wir sagen da unten ist schon gesichert so ok alles klar komm hoch du bleibst jetzt hier stehen blöder wichser bravo hier 2 ich sichere außen das ist ja festgenommen oder was ja 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 alles klar ich bin da dabei ich bin da dabei im nächsten gebäude vorne die beiden räume da sind clear oder was ja 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 weil die türen da noch zu sind deswegen ich bin da unten ne da unten da waren wir noch nicht drin ja da solltet ihr ja da solltet ihr doch beide grad hingehen turbo hagen da kam ich ja grad her ich hab auf turbo eigentlich gewartet ok wir drei geht schon mal zum nächsten weiter ihr zwei macht oben ich mach unten ich zauber ok und ein clear ok bravo hier 2 wir kommen zurück Gebäude gesichert Ende ok turbo hagen dann mal hier unten zu mir ich hock da unten die Treppe runter die Beine clear ok einmal gerade durch das Gebäude da hinten das haben wir noch nicht ja ok ich laufe lang bei mir lang ja ich komm her ok wir sichern die straße hier oben währenddessen hier los no 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 Link ist klar. Okay, dann wieder vor zur Straße, alle einmal sammeln. Wir haben jetzt drei Stück, oder? Zwo, haben vier. Ich weiß nicht, ob die anderen schon welche haben. Okay, perfekt. Ja, dann machen wir gleich das Gegenüber, wo die Treppe so komisch hoch geht. Eins unten, zwei oben. Okay, Tobi, machst du rechts, ich mach links. Guck mal ein bisschen synchron jetzt und komm mal ein bisschen schneller durch hier. Unten links sicher? Klar, unten rechts sicher. Okay. Mal auch sicher. Okay, nice. Dann machen wir jetzt hier vorne weiter. Bisschen quasi Quatsch. Ne, das ist unten in dem Dings. Hier unten, das haben wir noch gar nicht für sich gerade. Okay, Team 2 links, Team 1 rechts. Nichts. Da. Drei, zwei, eins, öffnen. Hier rein. Rechts klar. Heute sicher. Okay, nice. Dann ist wirklich das hier oben. Okay, Team 2 oben, Team 1 unten. Torbo, du wieder rechts, ich mach links. Ja. Links sauber. Links. Links drin. Rechts sauber. Links sauber. Oben rechts, Beschuss. Beschuss. Waren erwischt. Entschuldige, Sniper. Auf Position 2, 2, 1, 2, 1, 1. Okay. Nice. Nordöstlich von dieser Position befanden sich gerade vier Gegner. Kommt. 200 drin, ja. Okay, nice. Ausgeschaltet. Perfekt. Dann gehts weiter. Da. Brauchen wir irgendwer von euch gerade eine Kippenpause oder so? Tontenpause oder so? Tief. Ich hab drei leere Flaschen. Ich hab auch keine Pause. Nö. Ich geh links. Ich geh links. Okay. Unten rechts sauber. Das hört sicher nicht gesund an, was wir da haben. Wir kommen auf ihre Position. Außen und Nordausten. Sniper Team hier, Easy. Kommen. 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 Nordwestlich ihrer Position befindet sich in 150 Metern ein kleiner, alter Schrottplatz. Dort liegt ein feindlicher Infantrist versteckt. Kommen. So verstanden. Vielen Dank. Wir kommen uns drum. Sniper 1. Wo sind die beiden? Ach fuck, da ist ja noch ein Haus. Hab ich gar nicht gesehen. Ist echt verwinkelt hier. Hab ich ja gar nicht gesehen, das Gebäude. Scheiße. Ich auch nicht. Action an alle. Ähm. Action an alle. Alle Geiseln werden beim Hotel oben auf dem Parkplatz gesammelt. Zur Extraktion durch Helikopter Ok nice Bravo so verstanden haben Zwei bereits in den Gebäuden gesichert Sind beide gefesselt Bring die dann, wenn wir den Rest gesichert haben, rein Ok Team 2 oben Sniper Team hier Team 1 geht schon mal links in das nächste Gebäude Position des Feindes im Petrack markiert Kommen Verstanden, vielen Dank Ok, warte ich mach dir Ende Ok, perfekt Ne, alles gut Rein Links ist sauber Ja Auch sauber Ok nice Hallo Bleibst du wieder gerade aus? Ok Team 2 links Team 1 rechts Team 2 kurz stopp Bin ausgerutscht aufm Balkon Ja kein Problem Ok, ich mach dir auf 3, 2, 1 öffne Ja Ich geh auf der anderen Seite rein Ja Ja Gleich aufm Balkon Extra und alle Es fehlt noch genau ein Geisel Wir vermuten die im Hauptgebäude Ähm Wir haben bereits 2 gefunden Wenn ihr 2 gefunden habt Dann sind wir bei 4 Ja ist korrekt, wir haben 2 3 Ok Ok, gut Wir warten nochmal kurz hier Ok, bravo nochmal hier kurz Pause, bis der Kollege da vorne verratzt ist Turbo, du hast die 50 mit drauf, ne? Ich hab die 50 mit drauf gewohlen Ok, falls was sein sollte Dann reagierst du mal eben Ich bin mal kurz 2 Minuten auf Toilette Ja Verstanden Sniperteam, hier Easy Auf ihrer Position Das war der Gegner gute Arbeit Sniperteam, hier Easy Ja, positiv Haben ein M4 Ähm Sieht aus wie eine PMC Komm Keine Ahnung Easy Weiß nix davon Müsst ihr mit Actual klären Verstanden Danke Ist ein Bein Adansis Was gibt man gegen starken Puls? Gegen starken Puls? Ähm Keine Ahnung, ehrlich gesagt Mein schwachen Puls EP Ok, hab wieder in meinem Puls Sonst glaub ich einfach ein bisschen auswohnen Sonst glaub ich einfach ein bisschen auswohnen Easybeard weiß, irgendwo im Gartengelände befindet sich noch ein einsamer Scharfschütze Schrägstrich Ähm Mensch Der auf euch schießt Fliegt nicht zu tief und nicht zu langsam Vielen Dank für den Hinweis, Actual Kommen Actual Ende Hallo Ähm Ja Ja Die … Die Teige wurde schon gesichert hier Hinter uns ja Voraus noch nicht Ähm, das ist rechts unten auch Hacker-Ross-Hagen Moment Moment Ganz unten hier So, wird er da? Weiß ich nicht. Wo ist ein Turbo jetzt hin? Okay, Hagen ist hier. Bravo, jetzt wo? Wir sehen hier nochmal eben ein rückwärtiges Haus. Ja, so verstanden. Okay, wir halten dann eben hier noch die Stellung im Wäldchen. Hagen, Chefs, geht's euch gut? Ja, alles gut. Ein, Kontakt ausgeschaltet. Ende. Nice work. Sicher noch die Unterhaltung? Ja, hab ich... Ja, hab ich auch gerade gesehen. Ich weiß auch nicht, wo die herkamen, frage ich mich gerade. Oder war das eine IED, die irgendwas ausgelösteten Hase oder so? Keine Ahnung. Weil ich meine, wir haben ja nicht umsonst ein Sprengungspferd dabei, ne? Okay, ich habe zwei Gebäude gesichert. Wir kommen zurück. Ende. Alpha für Bravo. Alpha, actual hurt. Auf der Karte markiert durch lila Markierung außerhalb des Hotels Richtung Südwest. Habt ihr das Gebäude schon geprüft? Negativ. Wir waren noch nicht im Bereich der Anlage. Nur im Gebäude selbst. Entschuldige, Sniper, wir wollten uns gerade drum kümmern. Der hat mich eine Mine zerrissen. Wir kümmern uns gleich drum. Easy an alle. Das Haus wurde von uns bereits neutralisiert. Kommen. Zwei folgt. Drei geht. Team 2 das linke zweistöckige Gebäude. Team 1 das rechte. Okay. Turbo, du nimmst die rechte Seite. Ja. Linke Seite safe. Rechts, klar. Okay. Ich hab ihn nur noch mit mir seinen Rot hinten dran gehoben. Ich hab ihn nur noch mit mir seinen Rot hinten dran gehoben. Aber ich hab den Schmissen in mir. Ich hab ihn schon aufgeschossen. Ich hab ihn schon. Ja. Ich hab ihn schon lieber. Ja. 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 Okay, Jungs, wie schaut's aus dem Gebäude? Ist das safe? Positiv, Gebäude safe. Okay, alles klar. Dann gehen wir weiter. Das nächste Gebäude hier rechts macht Team 2 alleine. Team 1 übernimmt das nachfolgende. Flaschen. Okay, Turbo machst du unten, ich geh hoch. Ja. Warum haben die immer die coolen Gebäude? Ja. Oben links klar. Oben links klar. Oben rechts klar. Ja, hier auch. Alles klar. Okay, Team 2 das zweistöckige. Team 1 das einstöckige. So, der Alpha C-Drive ist im Moment, wir, also ich hab mich mit dem Schnell verpaart, ich komm mir wohl nicht mehr raus. Und mein Team cleart gerade den, letztes, das letzte Stockwerk, das letzte Oberstockwerk. Ähm, bin bravo, fertig ist, schnellstmöglich, dazustoßen, da ist noch einiges im Widerstand, äh, aufzureiben. Äh, ich hab mich mit dem Schnell verpaart. Äh, actual, hier easy. Action, hört. Actual, hier easy. Escape drücken, in die Ace-Optionen gehen und Fix Head-Bug drücken, ganz rechts. Das glippt sie raus. Negativ. Äh, ich wurde gefesselt zusätzlich und kann mich gar nicht mehr bewegen. Dann vergessen sie alles, was ich gesagt hab. Fesselt. O Zeus, o Zeus, möge er doch vielleicht teleportieren. Okay, alle wieder da? Ja. Ist klar, weiter geht's. Der große Zeus hat, äh, gemacht. Was hat er gemacht? Ja, der große Zeus. Der kann alles. So, was haben wir denn jetzt hier noch? O Zeus, o Zeus, herzlichen Dank. Okay, zweistreckiges Gebäude, Team 2. Team 1 geht weiter. Oh. Ich übernehme die linke Seite. Oh, ich gehe rechts. Hop ein. Ist klar. Link sauber. Ich sehe da ein Truck in Richtung Ost. Ja, da vorne ist Alpha schon die ganze Zeit unterwegs. Zwei Trucks. Aber leer. Sind sowas schon aufgeräumt. Warum geht die Lampe nicht aus? Geht doch. Äh, Easy, hier, Action, kommen. Easy hört. Kommen. Easy, landet mal bitte auf dem Parkplatz. Okay, Team 2 oben, Team 1 unten. Hotel. Die ersten beiden Geiseln können von euch aufgenommen werden. Und vorerst in die Base gebracht werden. Easy hat verstanden. Landen auf dem Parkplatz und evakuieren zwei Geiseln. Links sauber. Rechts sauber. Balkon hier draußen ist auch sauber. Okay. Turbur, Hagen. Die Geisel jetzt hier genau im Süden von uns in dem Gebäude. Bitte einmal abholen, hier hinbringen. Schass und Nobody, die Geisel im Südwesten ganz hinten. Bei Geiselsicherung. Bitte einmal hier hinbringen. Okay, verstanden. Ruhig, Ruhig Double Time, ruhig ein bisschen schneller. Nobody, der ist oben lang. Die Straße. Ja, nochmal hier runter. Da ist es nicht so. Ich glaube, Hagen. Nobody? Hagen? Hä? Egal. Actually, hier Sniper unten im ersten... Ja, Nobody, dann geht ihr hier unten mit Togo. Komm. Easy, ihr könnt los. Das ist ein Bild für die Götter. Oh, du scheiß. Auf geht's. Jo, fliegen gleich los, wenn mein Pilot wieder da... ... ... ... ... ... ... Alfa hier bravo letzte Geile gesichtet ist außerhalb des Hotels südwestlich in dem kleinen Gebäude Verstanden, dann kommen dir schon mal zwei Männer ab, die die übrigen Geiseln holen, sammeln oben auf dem Parkplatz Schon ausgeführt Ich habe einen Kontakt unten am Strandhaus, ich weiß nicht, ob das vorhin oder fein ist Warte, ich prüfe Bravo an alle, ist irgendjemand von uns am Strand unten Die Person dreht sich ständig im Kreis Sniper nigger Keiner von uns, Feuer frei Ok, zieh you down Nice Ich habe übrigens die letzte Geisel gesichtet, ist hier unten in diesem komischen Strandhaus drin, klären wir gleich 1 hier, Bravo 2, ich komme zurück mit der Geisel, Hagen in Schlepptau Hier drei, wo willst du die Geisel haben? Ähm Stell dir erstmal ab Beide Wir müssen jetzt schnell mal eben kurz runter zum Gebäude, irgendwer hat eine Granate gezündet, ich schätze mal ein Feind, die Geisel steht nicht mehr Ok, das Gebäude hier unten auf 152, linksseitig in dem Gebäude an der Wand ist noch ein Feind drin Kann ich von hier nicht ausschalten, klären wir jetzt 1 geht Moment, 2 ist noch gefangen mit der Geisel, ich werde die nicht los, Moment Mausrass Ok, 2 bereit, danke Ok, Außenseite sieht clear aus Einer liegt da auf jeden Fall noch drin Ok, Team 2 links um das Gebäude rum, der guckt gerade hier rechts raus Scheiße, dreht sich zu eurem Eingang rum Hier im Eck liegt noch einer, der schon gerade liegt zu mir M.I. Turbo, kannst du erledigen? Negativ Ausgeschaltet Nice, ok, einer ist noch auf deiner Seite, Turbo Pass auf, auf unserer Seite hier vorne ist noch einer Ok Ausgeschaltet Nice Safe Nobody, schnell mal nach der Geisel gucken Haben die Pisser echt die letzte Geisel mit einer Granate gepimpt, Alter? Ich glaub's ja nicht, ey Boah Wer schießt denn da noch? Alpha für Bravo Der ist eigentlich jetzt schon gesichert, oder? Ja Sind draußen in dem Gebäude, die letzte Geisel wurde von den Geiselnehmern mit einer Granate getötet Überstanden, das ist tragisch Aber nicht änderbar Verschieben Verschiebt alle Geisel, die wir jetzt haben hoch zum Parkplatz Wir werden gleich 2 Leute abkommandieren, die im Heli mitfliegen Der Heli wird die Fahrzeuge holen, oder 3 Leute halt Und dann fahren wir mit dem Fahrzeug nach Hause Was schießt denn hier, verdammte Scheiße, was ist das denn? Keine Ahnung Keine Ahnung Ja, Turbo, guck mal raus Aber da sind Friendlies dem Gebäude gegenüber, also pass auf, ne? Ok Ok, ähm Hagen und Chess, ihr beide nehmt die Geiseln, die wir da vorne abgestellt haben Und bringt die Force Hotel auf den Parkplatz Ich weiß nicht, was ich dann dem noch geben soll, ja Hat der denn überhaupt noch Puls? Kannst du da was prüfen? Keinen Puls, nein, aber er hat keine Verletzungen und so weiter Blutdruck, Puls, hat nix, ne? Blutdruck, liegt bei null Ne, ok, der ist tot Hast du Leichensäcke dabei? Ne, ne? Oh, nein Ok, egal, dann können wir für den Kollegen nix mehr machen Dann ist ein der Geisel leider tot Scheiße, naja, wir haben's versucht Ja, aber durch gegnerisches Feuer nicht durch eigentlich Ja, ne, auf keinen Fall durch, also zumindest nicht durch unser Feuer Ich weiß nicht, ob die vielleicht ne Granate hier reingeschossen haben Werden wir nachher erklären Werden wir nachher erklären Ja, ich hab hier drin auch einen ausgeschaltet vorher Und ich schätz mal einer von den beiden da hat eine Granate geworfen Der stand nur hier und hat so ganz klar geworfen Ok Scharfschutzteam Ok, alles klar Ja, egal, ok, komm Abmarsch Und lasst euch zu den Fahrzeugen gehen Geh, abmarsch Ok Nehmen wir von Start Bravo kommt mit dem ganzen alles vor auf den Parkplatz Die gaseln direkt zum Helikopter Naja, oder der haut auch ab, auch gut Dann stellt sie erstmal hier vorne in den Eingang rein Backpack Ja Ist das ne Scheiße, diese ganzen kleinen Gebäude, ey Ja, haut noch ne War auch nicht besser, wir sind direkt erstmal in zwei Minen reingelaufen Im Eingangsbereich Oder bei den Löchern in der Wand Ja, falsche Team, wo der IO die unterwegs war, wir hatten gar nichts Ach, toll Aber naja, willst du machen, ne Aber beide geiseln hier, ja, ne Ja, ok Wir haben den Fahrzeugen hier nehmen, aber wir machen das jetzt richtig Ja Und nehmen Nach Hause, mit dem wir rausgefahren sind Ja, zwei Plätze waren da noch frei, glaub ich, im dritten Fahrzeug, ne Äh, einer Einer Einer, ja Ok Act s Actual Danach ist der Auftrag beendet, wir kehren mit den Fahrzeugen zur Basis Ok Jungs, nehmt euch die Geiseln und packt die in den Heli rein Fremdes Aktionsmenü und dann ist auf dem Heli die Gefangenen einladen Warte, ich mach Ok ihr könnt Sieht ein bisschen schmerzhaft aus Ok Männer, wir sammeln uns jetzt oben an der Straße Wir sind zurück in 10 Minuten Ey scheiße, fehlt nur, dass beide einen Railgun in der Hand haben Dann siehts richtig geil aus Oh man ey Die sind auf jeden Fall im Kopf kürzer Ok Männer, wir sammeln uns jetzt oben an der Straße Einmal gleich ein Und dann gehts zur Basis Ok Chess, einmal bitte vor die Straße hoch Du als erster Mann, falls da noch Mienen liegen Ja schon Rest dreht sich nach mir Ja, kannst schneller laufen Ja, kannst schneller laufen Linie hinter mir bitte bleiben Fahrzeuge? Ja, das sind unsere Einmal Platz machen für die Fahrzeuge, damit die wenden können Naja, oder auch nicht Ok, passen wir denn da alle rein? Ja Wie viel sind wir denn überhaupt? Wir sind immer noch 5 Wir sind immer noch 6 oder? Ja 5 Ja Jetzt geht gar nichts mehr, jetzt ist er komplett gut Ja Einmal Platz machen bitte? Wir sind immer schief Ja, du bist auch schief Drück mal Q Guck mal eine scharfübsten Freunde, wo ist denn das dritte Fahrzeug? Ok Doppel Q oder Alt Q Geht doch Ähm Nein, Snacks ist glaube ich etwas kaputt Really? Nein Er schläft nicht mehr Einmal mit Profis Da oben steht noch ein Cheep Was ist mit den LKW? Vor dem Hotel? Was meinst du warum ich 3 Leute mit schicke? Kommt doch grad Wollt die noch Wollt die LKWs dann noch zerstören? Ne, ne, oder? Warte Frage ich gleich an, warte Ja, warte, frage ich gleich an Chef, du hast wahrscheinlich auch noch ein paar Sprengladungen dabei, ne? Ja, der kommt jetzt Dann dreht jetzt dreht Ja Jungs, danke Keine Ahnung was hier los ist Happy Tipsy Big Bug Wie sieht das aus mit den Fahrzeugen da unten? Sollen wir die da lassen oder sollen wir die zerstören? Wir hatten noch ne Titan und noch ein paar Sprengladungen Kannst du mir mal ne Leidstürfe machen? Äh Die lassen wir... Ach komm, ja Die lassen seinen Spaß Rückstrahl Okay Okay Okay, Hagen Ein bisschen weiter nach vorne Mit dichter Straße stellen Geht auf Fahrzeuge anvisieren Feuer frei Wer fingert mich da eigentlich gerade? Geht noch ein Stückchen nach vorne bitte Warte ich Hagen noch ein Stück nach vorne wegen Rückstrahlzone Soweit Fint Muss man eigentlich nur noch an der... Nur aufpassen Nein, ich bringe eine Rakete da unten rein Dann hätten wir gehen drauf Okay, Leute, alle Platz machen Rückstrahlzone ist frei Ich hab hier vorne den Ding hier, steigern rein Ja So, aber... Ach du hast mich gepackt, das brauchst du so gar nicht Vielleicht sollte ich die erstmal nachladen Schau mal kurz ab, K Muss mal gucken was hier Wie steht der mit seinem Rohr? Weiter links die Straße runter Da unten, okay, check Actually, wenn wir noch was zerstören wollen Sind in den Humvees auch noch jeweils zwei M136 drin Mit Ishagen Sekunde, Sekunde, Asna Er muss erst... Kannst du die Entfernung wirklich nicht halten brauchen? Ja Irgendwie hat die eine Ladähmung Ja dann halt nicht... Der Hagen darf jetzt einmal schießen und dann... Mit Ishagen Hat er wohl gar keine Munition dabei, ne? Doch, hat er Ach das wird schon, lass sie hin Anvisieren Anvisieren, Wärmebild an und mit T anvisieren glaube ich Ja, mit T Mit T Ich bin hier raus hier Wir gucken den mal zu Ich bin hier raus Ist der ein Javelin oder was? Ja, Titan glaube ich Ist der hier so gut stehen? Nix mit T, kaputt Na dann halt nicht Dann pack ein das Ding Ach so, Antab Nicht Dora, sondern Theodor Was machen wir denn jetzt? Ja, ich weiß schon was T ist Ja dann pack das Ding ein Abmarsch Gut, wir setzen auf, wir fahren jetzt ab Alles gut Und Materialfehler Lass mal wieder jemand anders fahren Ich muss nach meinem Brötchen gucken Ok, äh, bravo wieder Fahrzeug 1? Alles klar Äh, bravo, selbe Aufteilung wie vorhin Bravo Fahrzeug 1 Nobody details sich dann aufs dritte Fahrzeug Ja, verstanden, geht aufs dritte Fahrzeug Scharfschützen, fahr dem letzten Fahrzeug Ja, hey Hä? Aber ich fahr doch, nicht LK Ja, jetzt Fahrzeug 1 So, wo ist Hagen? Wo ist Hagen? Hagen, einmal das Fahrzeug, was noch verkehrt rumsteht, bitte Ja, bin dabei Du sitzt Lichter aus Ne, das ist falscher Hagen Gut, kannst du da draußen in Bewegung setzen Und meinst du, du bist vollständig? Ne, Hagen ist irgendwo noch woanders drin Ah, ok Ok, egal, ich fahr Fahrzeug 1 Ah ja, oder auch nicht Hagen, jetzt Fahrzeug 1 vorne Nein Was ist denn? Ja, Fahrer sollte einsteigen Ja, hier, Fahrer Was sagtest du? Ja, wie vorhin Hagen 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 Was? Setz dich ins zweite Fahrzeug Nein, alles gut Ich bin als Fahrer Alles gut, Big Work Das ist ein Kampf, Alter Abfahrt oder was? Ja, ich... Ja, ich weiß noch nicht, sind alle da drin? Oh, mir ist falsch Ja, ok, Abfahrt Fahrzeug 1 fährt Man, die Titan, die sind total im Arsch, Alter Geht das denn nicht, das scheiß Ding? Normalerweise funktioniert das Ja, geradeaus Ich bin der beste Sprengmeisterin Ja, ich hab T gedrückt, was ihr gesagt habt Ich hab ganz normal abgedrückt Ich hab anvisiert Keine Ahnung, ging nix Ich hab auch nachgeladen Nein, sie müssen ja nie gerne ins Verfahren Der wurde bemannter tatsächlich gewesen Kann durchaus sein Die werden doch einfach abfäulen, ne? Nee, die schalten auf Wärmesignaturen auf Und wenn das Ding aber schon ne ganze Weile da steht und kalt ist Ja, da haben wir Menschen Die waren noch warm Aber das Eisnis ist nicht dankbar und zwar Ich bin scheuer, ist ja ein scheiß Ding Man hat ja irgendwann eine Raketenwerfer aus dem Auto mitgenommen Oh, wir haben Hasen gedrückt, oder? Scheiß drauf Scheiß auf Hasen Scheiß drauf Alles nur einmal im Jahr Okay, hier vorne fahren wir gleich links rum Oh, da kommt ein Schild Ich sollte nicht so viel trinken halt beim Fahren Was, wo lang hier rechts links? Links Das ist halt so ne einfache Aufgabe gewesen Und das funktioniert auch groß ohne Alter, bei mir kommt nur ne Diashow mittlerweile noch an Die ganze Zeit, wo wir in der Stadt fahren Die ganze Zeit nur Diashow Wenn du nicht erst Bravo, was jetzt im Fahrzeug einsitzen sollte Sitzt dann Sitzt dann der Fahrer Sitzt im letzten Fahrzeug Worauf hinten ein anderer wieder kein Platz gibt Kannst du jetzt wieder bis zurück fahren, oder kommt gleich wieder Krimselbild? Wahrscheinlich bis zurück Wie lang? Geradeaus, oder? Äh, warte Ich mach grad noch neue Punkte Ne Ja, scheißegal Ne, fahr erstmal, fahr, 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 fahr Fährst gleich die nächste Straße rechts Ah, einen kleinen Umweg gefahren Scheiß drauf Rechts? Ja, hier vorne rechts Die nächste Straße wieder links Und dann erstmal ein ganzes Stückchen Soweit geradeaus erstmal Ob ich jetzt fertig mit meiner Linien malen hier Da noch eine, zack, fertig Wir löschen da meine ganzen lustigen Zeichen Ist ja unfair Äh, okay Jetzt bist du wirklich falsch gefahren Aber egal Ach ne, ne, ne Entschuldigung Ich hab grad den Heli gesehen Und dachte grad, hä, wo fährt der denn jetzt lang? Mitten durch die Wallachai Entschuldigung, alles gut Alles gut, da ist noch Kontrolldenti Oh, richtig, sind wir noch, ja? Ja, ja, alles gut Sollten wir mal einen Alkohol testen Hier vorne macht die gleich eine Biegung Da fährst du dann rechts lang Und dann immer geradeaus Jetzt rechts, ja? Ja, das geht Ja, das geht Ja, das geht Ja, das geht Wasser Ja, das geht Wir sehen ein ganzes Waldchen erstmal geradeaus. Hier vorne macht es gleich eine Kreuzung, da fährst du rechts. Wir sehen ein ganzes Stückchen geradeaus. Hier macht es eine leichte Linksbiegung. Decken im Busch. Immer mit der Ruhe. Wir fahren hier keine Rallye. Alles gut, alles gut. Ich sehe bloß Bilder, kann ich aber korrigieren. Hier vorne gleich links. Ich sehe bloß. Nach dem Gebäude rechts. Was war das? Ich habe mich gerade einen Blitz erwischt. Ja, fahr mal. Fahr mal, fahr mal. Das habe ich auch gesehen, ja? Ja, ja. Alles klar. Baut ein Dach Blitzer hin, Mensch. Ja, weiß ich auch nicht. Fahrzeug 2 hier wird nicht gebucht. Ach, jetzt weiß ich was gerade. Jetzt weiß ich was gerade. Alles klar. Könnte man ein Licht ausmachen? Ich weiß ich was gerade. Mein Licht einfach mal. Ne, das war eine Explosion noch mit. Ich schätze mal da eine Flash... Ja, die schmeiß... Die schmeißen Flashpings. Was machst du da? Das weiß ich nicht, was das stimmt. Fahr doch einfach. Ja, ich fahr ja, ich fahr ja. Fahrer. Schuss. Ich habe hier einen Flashpings. Ey, man schreit doch nicht einfach auf die Passe und merkst du nicht, deswegen was ich weiß. Hier vorne links. Alter. Mach die Funzel aus hinter uns. Echt so? Alter, er hat ein Leuchtmittel geworfen. Sind wir bescheuert? Wir schmeißen die die ganze Zeit mit scheiß Leuchtdingern. Alter, das ist scheiße. Die können überhaupt sein. Wir sehen nichts mehr vor uns, Alter. Können wir mit dem Licht ausmachen hinter uns? Ne, das ist so ein scheiß Leuchtdingen. Oder so, ist ja egal. Das sind doch noch drei Fahrzeuge. Wir retten das Licht. Ich tue es nicht mehr. Fahr, fahr, fahr. Alles gut. Was ist das hier? Hier vorne gleich links. Und dann einmal zum Hangar. Da. Kannst du sie rechts greifeln da ein. Wo die Dinger standen. Hier kannst du parken. Alles gut. Halt an! Halt an! Halt an! Halt an! Ah, ich halt doch an! Spann dich mal! Gute Arbeit für. Das ist euer Werk. Da blutet ein bisschen. Ja, der hat Schmerzen. Wer hat jetzt ein bisschen bei uns angehabt, hä? Kontakt! 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 Nein! Was für Drogen nehmt ihr? Tag! Zwo! Auf jeden Fall zu viel davon. Schöne Mission, Jungs. Schöne Mission. Sack! 3! 0! 0! Meter! Lass mich los! 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 Flashbang! Zuck auf! Oh nein! Sound unmuted! Okay, Jungs. Das war's mal wieder. War eine schöne Mission heute. Keine Ausfälle gehabt. Nice, nice. Ich danke auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen. Hoffe ihr hattet euren Spaß. und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis die Tage! Ciao, ciao!